Einen wunderschönen guten Morgen, guten Nachmittag, guten Abend, wann auch immer ihr euch diesen Part jetzt anseht. In Twilight Zone ist sowieso ständig die Sonne am untergehen, obwohl sie nie so wirklich untergeht. Willkommen auf jeden Fall jetzt wieder zurück hier auf dem Weg zum Herrenhaus, in diesem Waldstück, wo wir Remy getroffen haben. Ihr wisst schon, die Ratte aus Ratatouille, der wurde nämlich von einigen Herzlosen angegriffen und wir haben ihm natürlich jetzt geholfen. Und jetzt, ja, jetzt müssen wir halt irgendwie noch zum Herrenhaus. Aber da sind immer noch Herzlose, die auf die Schnauze wollen. So, die lassen uns einfach nicht in Ruhe. Ja, Kufi rastet auch aus. So, Zeit für eine Spritzfahrt. Richtig heftig, so. Ah, das ist nur so eine Ado-Wampe. Chill. So. Und Stufe 9 für Kufi. Ah, haben wir jetzt sogar noch eine Truhe, die ich im letzten Fall noch nicht gesehen habe mit einem Ethan. Nicht, dass ich hier vielleicht noch was übersehen habe. Da drüben war nämlich noch wo eine andere Truhe da, die ist eh schon offen. Vielleicht ist hier nochmal irgendwo was. Ah, sieht aber nicht so aus. Äh, aber Herzlosen sind da. So und Nelken. Können wir noch hier einsammeln. So. Trio-Wächter. Alter, geht der richtig ab hier. Kommt der Schild. Schilds. So, ja, ich habe mich wieder ein Level Up mit Sora. Das kann ich gut brauchen. Komm schon, nur noch 17 Punkte. So, nur noch zwei. Toll. Geht sich jetzt wegen zwei Erfahrungspunkte nicht aus? Hier haben wir noch eine Truhe. Mit einem Fluorid. Ganz viele coole Materialien. So. Ach, schade. Ein Herzlosen sind zu wenig, weil sonst hätte ich noch ein Level Up bekommen. Da kann man wohl nichts machen. Ich werde das immer so probieren, dass wenn ich eine... Sehr schön. Gut, dass wir das noch gefunden haben und hier noch Pfüferlinge. Wenn ich quasi erahnen kann, dass eine Cutscene kommen könnte, wechsle ich auf den Kinder-Key hier wieder zurück. An den Königs-Anhänger, weil irgendwie sieht das in Cutscene dann mit dem Schlüssel doch irgendwie besser aus. So, dann machen wir gleich wieder ein Foto. Let's see. Erfolgreich. Sehr schön. Danke. Okay. Haben wir das auch noch gefunden, aber es gibt da noch wesentlich mehr. Wir haben ja jetzt hier in unserem Gummifohn eine Übersicht mit den ganzen Sachen. Auch die Glücks-Embleme natürlich sind da drin. Und da können wir sehen, in Twilight Zone gibt es insgesamt neun Stück davon. Gefunden habe ich gerade mal zwei. Also, da fehlt noch ein bisschen was. Zinnova-Samba. Aha. Hier sind die nicht früher anders? Pyrozipfler oder so? Die sehen hier ein bisschen anders aus. Ja, ist ja auch egal. So viele Zutaten, was ich hier schon habe. Kalbfleisch, Aal, Zwiebel, Morcheln, Steinpilze, Pfifferlinge, schwarze Trüffel, Kräuterseitlinge, Herbsttrompete, Nelken, Petersilie, Aprikose, Zitrone, Birne, Apfel, Schokolade, Butter und die ganzen Schmiedematerialien. Jetzt werde ich das mit alles dem Moritz geben. Aber jetzt gehen wir endlich zum Herrenhaus. Komm, keine Zeit verschwenden. Das ist eh schon nach vorne. Ich sehe es. Das Gebäude vorne. Ah, hier ist sogar noch ein Speicherpunkt. So, können wir ja meinetwegen auch gerne mal speichern. Warum auch nicht? Wir müssen einfach das hier wieder überschreiben. Wie gesagt, ich speichere immer abwechselnd einmal auf der 1, dann auf der 2, dass da nicht irgendwie, nicht, dass da irgendwie steht, ja, dein Spielstand ist beschädigt. Das wäre nämlich ganz schön kacke. Ich fange sicher nicht das ganze Spiel wieder von vorne an. Das ist mir bis jetzt noch nie wirklich passiert, aber man weiß ja nie. Dann nehmen wir uns noch ein Abwehr-Plus mit. Das gönnen wir uns gleich mal. Abwehr-Plus erhöht den Abwehr-Status für Dauerhaft um 1. Und auch solche Sachen gebe ich hauptsächlich natürlich Sora. Oh, jetzt hat er eine Abwehr von 14. Er hat nämlich vorhin eine Abwehr von 13, die zwei von 15. Also, das ist, ja, dann eh nicht so verkehrt. Das ist, ja, dann geht's. Das ist, ja, dann geht's. Das ist, ja, dann geht's. Well, they do say that this mansion is haunted. Hey there. Wow! Thanks for the heart attack. Oh, what? Did I scare you? What are my chance? Or bad. So how did it go? Did you get any leads? Nope. Afraid not. The asking around thing was a total bust. Yep. This old mansion is our last hope. You guys ready? Another Twilight Town awaits. Yeah. Here we go. The password was, uh, sea salt ice cream, right? Let's get that transporter working. Oh, man. Oh, man. The transporter's been protected. Protected from what? I guess from us? We can't use it to get to the other Twilight Town. Why not? It worked before. We sent Sora there. Well, that was then. And this is now. And there's no other way? None that I know. Great. Huh? Hello, Sora. You wouldn't happen to be in front of a computer. Huh? Well, yeah. But how'd you know that? I was tinkering with Ansem's computer. You know, to decrypt the code that was left in it. And I noticed that someone had logged in from another terminal. I figured it might be you. Uh, oh, yeah. The log terminal. You don't know what he said. Oh, and what? You do? I know. I haven't got a clue. Then, uh, who was it that logged in? Oh, hi there. This is Pence. I'm the one who logged into the computer. Good. As long as it's a user that we know we can trust. Yup. But I'm kind of stuck here. One of the programs is protected, so I can't run it. Which program? The transporter to the other Twilight Town. It's the only way to find Roxas. You gotta help us. Another Twilight Town? And a transporter? Okay. A virtual town inside the computer made of data. A data-scape! Fellas! Mm-hmm. We've seen one. That's what we used once to investigate Jiminy's journal. Maybe I can do something. Pence, let's get a network set up. My address here is... Okay. Sharing is enabled. Huh? Were you able to fix it? Now that our two computers have been successfully networked together, I can take control of the terminal there and change the privileges. And Roxas? Yes. For the virtual world to be completely realized, Ansem the Wise would have included Roxas' full data in the construction. Meaning, somewhere on your machine there's a log of that data that... Uh... Basically, we can decipher Ansem's code more quickly, and we can analyze the virtual Twilight Town while we're at it. Okay, great. I can't computer, so... Do that. Glad you're following along. Don't worry. We'll handle it. Chip and Dale will be helping me out here on this end. I'll call you back as soon as we know anything more. Thanks. Oh, before I forget. A bit of troubling news. It's about one of the organization's former members. You knew him as Vexen. But to us, he was Ansem's apprentice, Evan. He was re-completed like the rest of us. But hadn't regained consciousness yet. Then, sometime after Lee left, Evan vanished. Alias and Dylan, the two you knew as Lexius and Zaldin, they went out looking for him, but he's just gone. And I'm starting to worry. Oh? You think he's on their side? I think it's a real possibility. He's a devious researcher. You should be careful. All right. Thanks. Oh, no! We got work! I totally forgot! Really? But what about all this? Hey, both are important. We're gonna need some cash to go to the beach. Also, don't forget the pretzels. Gotta buy four now. Hmm? Uh... Oh, I get it. He's thinking ahead. Later, Sora. Yeah. See ya, Hayner. Bye, Donald. Goofy. Goodbye! Oh, and since I'm manning the computer here, you guys are in charge of earning my share. No pretzel for pants. Hey! Hmm. So, what's next? Want to go back to town? Na ja, zurück in die Stadt. Wahrscheinlich schon, weil da komme ich jetzt irgendwie... Ich komme da gar nicht mehr rein. Nicht so wie früher. Also, das war jetzt wirklich nur wegen den Cutscenes da drin. Ich finde das so witzig, dass Sora sich mit Computer nicht auskennt. Aber irgendwie kann ich es auch verstehen. Ich meine, wenn du dein Leben lang auf einer Insel gelebt hast, wo du gerade mal, weiß ich nicht, mit einem Holzstock oder Holzschwert als Ersatz quasi gegen andere Kinder so ein bisschen gespielt und gekämpft hast, wenn das alles war, was du in deiner Freizeit gemacht hast, ist klar, dass du sowas wie einen Computer noch nie im Leben gesehen hast. Und dann kann ich es auch verstehen, dass die Sora damit überhaupt nicht auskennt. Das ist durchaus verständlich. So, you think you can bring Roxas back? Handsome! Xemnas! Roxas should never have existed in the first place. What you seek is impossible. Roxas does exist. His heart's inside my heart. And in the unlikely event, you did manage to separate the two. Where is it you think you can put his heart? Well, Roxas used to live in the other Twilight Town, right? So, I'm just gonna put him back there. Do you even realize what you are saying? The other Twilight Town is just Data. A heart can live anywhere. Even inside Data. There are hearts all around us. Hmm. Handsome and Xemnas used to be part of the same person, right? But look, now they exist separately just fine. Hmm. If they can do it, then I don't see any reason why you and Roxas can't find a way. Oh. Yeah. Yeah. You tell them Captain Goofy. Yeah. In that case, by all means. Nothing would please us more than Roxas' return, of course. You wish! He'll never answer to you again! Still so blind, a nobody is what's left behind. when one gives his heart to darkness. There is only one way to bring Roxas back, which is for you to give your heart up as well. Sora, have you finally decided to call upon the darkness? What? Go on then. The shadows are never out of reach. Oh. Now, set your heart free. Wait! Sora! It's not darkness. Not if it helps him. Yeah! So long! Yeah! Hop on! You guys! Whoa-ho-ho! Whoa-ho-ho! Come on! Go get it! Water! Hercs sagte, Er hat gesagt, mit all meinem Herz. Okay, dann mit all meinem Herz es ist. Ich werde Roxas raus. Are Sie mit mir, Donald? Goofy? Ich weiß nicht, was Ansem und Xemnas wollen, aber ich glaube, wir sollten die anderen sagen, zu warten. Ja, okay, dann gehen wir zurück zur Stadt. Wir können den Club mit Hegel und Olet. Aber daraus wurde leider nichts. So, gut. Gut. Ausnahmsweise ist der Part jetzt mal ein bisschen kürzer, weil ich nicht weiß, was da jetzt wieder auf mich zukommt. Also, bitte nicht böse sein, aber ich mache jetzt schon mal wieder Schluss. Es ist ja doch ein bisschen was passiert, Story-technisch. Weil ich muss sagen, auch die zwei, also auch Ansem und Xemnas, die sehen auch beide mit der neuen Grafik richtig super aus. Und da haben sie sich so viel Mühe gegeben mit den Charaktermodellen. So, Petersilie. Vielleicht können wir das ja auch schon sehr, sehr bald benutzen. Könnte es hier vielleicht sogar noch mal irgendwo so ein Symbol geben? Mal kurz gucken. Aber hier wäre mir eigentlich nichts aufgefallen. Ja, nee, es wird jetzt auch nicht irgendwie rot oder gelb. Also, ich glaube, hier dürfte es nichts geben. Gut, wir erstmal schön salutiert. Ja, kannst du ja auch wieder runternehmen. Na gut, also, Leute. Im nächsten Bad gehen wir wieder zurück. Ich glaube nicht, dass wir noch allzu lange hierbleiben werden. Kannst du natürlich jetzt noch nicht sagen. Am meisten gespannt bin ich natürlich auf die ganz neuen Welten. Weil, wie oft gab es jetzt eigentlich schon die Welt von Herkules? Den Olymp gab es in Kingdom Hearts 1. Den gab es in Region of Memories. In Kingdom Hearts 2 gab es den auch wieder. Dann, in Birth by Sleep gab es das auch. Also, und jetzt hier auch wieder. Also, das ist schon, ja. Und das mit dem, mit diesem Tagebuch rekonstruieren quasi von Chimini, das war jetzt eine Anspielung an Kingdom Hearts 3 Coded. Also, schön, dass das auch eine Referenz gefunden hat hier in dem Spiel. Aber alles Wettere dann im nächsten Part von Kingdom Hearts 3, Leute. Tschüss! Tschüss!